Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Dann achtet euch halt selber. Hallo meine Damen und Herren, ich habe heute wieder mal ein kleines Bäckchen gekriegt vom lieben Astra. Naja, ist wieder ein Überraschungs-Ding. Was ist das? Was? Fritzbox? Irgendwas Fritzbox-mäßiges. Was, 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 was ist denn das schon wieder? Allnet DSL AM Master. Fritzbox 4020 Router NBN VDSL Teststation. Designed by Astra. Ah, das ist nur eine Teststation für die Router. Moment, ich hole das Ding mal raus. Okay, das sind noch ein paar Unterlagen zum, weiß ich noch nicht was. So richtig weiß ich gar nicht, was das ist. Ist irgendwie... Ein Router? Ha. Hier unten ist noch irgendein Ding. Allnet. Allnet und ein Router. Ich vermute mal, dass es irgendwie... Dass ich die Router vom Falco testen kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach, hier ist das Stromkabel. Und hier ist das Internet. Okay, da wollte ich mich auf jeden Fall mit Astra noch mal kurz schließen. Na, schon mal krass hier. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Hier ist auch noch mal eine Kabel. Hier ist auch noch mal eine Kabel. Das gelbe geht hier rein. Das blaue hier. Hier ist noch mal ein Line-In. Hm. Okay. Ich vermute mal, hier muss ich das Internet anstecken. Und dann kann ich oder... Ich weiß es nicht. Astra! Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich vermute mal, es ist eine Router-Teststation. Kann er sich ja mal kurz zeigen. Und zwar hier ist eh eine Kiste. Jetzt mal nur hier mit Routern von Falco. Und ja, ein bisschen Funkzeug und so. Hier ist auch noch irgendein Router-Asus. Und ja, ich habe da noch eine Kiste. Hier ist ein original eingepackter. Also wenn jemand einen Router braucht oder so, haben wir auf jeden Fall genug da. Und das ist noch lange nicht alles, ne? Ja, und die müssen wir erst mal testen. Deswegen habe ich die jetzt extra hier in die Kiste. Ich vermute mal, dass das die Teststation ist. Ja, und wenn Falco das nächste Mal da ist, musst du uns mal einweisen. Und dann testen wir die alle durch. Ja, krass. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Tschüssi!